Er schläft immer noch. Woher schon wieder? Keine Ahnung. Hm? Hm. Ich hoffe, das war dein Zeitpunkt. Wo hast du dich gefallen? Ich bin auf dieses Kass. Nach einer Gespräch in der Taxi zu diesem Nacht, ich habe ein Bezeichnung von Toad. Er sagte, dass seine Sonne ein Körper gefunden hat. Wir glaubten, das war Faith. Ich habe das Gefühl, bei der Zeit zu kommen. Dass sie zurück hier nicht einfach war. Aber hoffentlich finden wir etwas auf sie, um uns zu schützen. Ich sollte da sein, Snow. Ich habe versucht, auf die Geschäftsordnung zu telefonieren, aber es gab keine Antwort. Ich konnte dich nicht finden, oder jemanden. Also habe ich es geholfen. Snow. Was ist das? Ich bin froh, dass du... nicht sterben. Ich auch. Ich möchte einfach nach dem Boden kommen. Ich fühle mich einfach... Was ist das? Ich fühle mich einfach... Ich fühle mich... Ich fühle mich... Ich fühle mich einfach wie ich. Und vielleicht ist das, was sie getötet hat. Wenn es wirklich so ist, dann... Du solltest zu verreichtigen. Wenn es wirklich so ist, dann... Du solltest zu verreichtigen sein. Du solltest zu verreichtigen. Und warum war sie so glammert, um mich zu sehen. Ich meine... Das ist so, was es ist, oder? Also... Was ist unser nächster Weg? Du solltest zu verreichtigen. Du solltest zu verreichtigen. Du solltest zu verreichtigen. Du solltest zu verreichtigen. Bis zum nächsten Mal. Und was? Sitze in der Büchern, schweigst du meine Beine? Waiting für den grossen Wölf, um alle meine Probleme zu lösen? Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Dann, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich bin zu verreichtigen. Ich werde nicht mehr eine Errein-Gerlte für Kräne sein. Ich will nur noch ein Errein-Gerlte sein. Ich will nur aufmerksam sein. Ich habe fast verloren. Ich habe nicht deine verloren. Ich bin nicht deine, die du verloren hast. Entschuldigung. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich bin nicht hilfreich. Ich kann mich selbst beinhalten. Ich habe das seit Jahren gemacht. T.J. ist in der Mitte. Er war so nervös, er hat uns nicht mehr gesagt. Er hat uns nicht gesagt. nach einem bestimmten Punkt zu sprechen. Er ist ziemlich schockiert. Also versuchte nicht, zu... du weißt... Ich selbst. Genau. Okay. Mit aller Gewalt. Kapitel 2 abgeschlossen. Verbeton Verwaltungsbüro. Das Woodland-Gebäude. Später Nachmittag. T.J. ist da oben. Ich weiß nicht, ob du ihn zuerst oder danach möchtest. Aber lass mich wissen, wann du bereit bist, das Körper zu sehen. Ich... Ich will da sein. Buffkin? Hast du einen Moment? Natürlich, Frau Snow. Oh, das ist genug. Mirra! Verwaltungsbüro! Verwaltungsbüro! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Du bist nicht mit mir verraten, Sheriff. Was passiert? Ich habe gesehen, was du da gemacht hast. Ist das, wie du dich verletztest? Ich würde mich lieben, wenn ich gesagt, dass ich nicht gebt, Tweedledee, nach dem, was er mich durch. Aber was du mit ihm gemacht hast, war das blöde. Du hast mich verraten, kleiner Junge. Er hat alles gesehen. Okay, Herr Toad. Ich will eine Erklärung. Und was erwartet ihr, zu sehen? Ich dachte, vielleicht würde ich dich auf der Schraubchen Aber ich sah etwas schlimmeres, nicht wahr? Das ist genug. Herr Toad, ich regrette die Strasse, die es dir und dein Sohn hat. Aber jetzt müssen wir mit der Untersuchung weitergehen. Wir haben uns mit ihm in die Fresse geschlagen. Aber du musst verstehen, wie urgent das ist. Wir müssen mit TJ sprechen. Das ist nicht vorbei, Big B. TJ. Es ist gut, bist du bereit, mit Mr. Wolf? Wiedermann. Ich fühle mich. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Baby. Du bist damit, was zu verletmen. Ich bin dran. Ich bin dran. Du bist so gut? Es ist schlecht, ich versuche. Natürlich nicht. Wir wissen, dass du ein guter Kind bist, T.J. Du bist nicht in Ordnung. Tell mir was passiert. Ich habe die Frau gesehen. Warte, Bigby. Ich war nicht. Ich weiß. Die Frau in die Frau. Aber sie hat nicht ihren Kopf auf. Ich dachte, ich dachte, sie würde mich auch runterziehen. Weil sie... Weil sie... ...Rocks auf ihren Fällen hatte. Und sie fiel in den dunklen Teilen. Sie hat sie immer an sich nicht reingeschmissen, ne? Ist es mehr, T.J.? Ist es wahr? Du weißt, wenn Leute lieben? Ich hörte, du kannst das tun. Das ist, warum du bist der Sheriff. Ja, das ist mein spezieller Kraft. Ich weiß immer, wenn Leute mir nicht die Wahrheit erzählen. Ist es noch etwas anderes, du willst sagen? Bitte, nicht schuldig. Was ist das, T.J.? Ich... Ich bin nicht unter dem Wasser. Was? Ich weiß, dass ich es soll. Aber ich bin Angst. Und ich bin wieder auf der Oberfläche. Ich konnte es nicht helfen. Ich habe dir eine sehr bestimmte Regeln. Lass ihn nur noch mal ausreden. Lass ihn nur noch mal ausreden. Ich weiß nicht, ob jemand mich gesehen hat. Aber... Aber jemand hat gesagt, Stopp' zu lachen. Und dann war ich Angst. Und ich war so lange, wie ich konnte. Warte, hast du jemanden gehört? Ja. Warum hast du uns gesagt, bevor? Ich wollte nicht in Probleme sein. Okay, T.J. Ich glaube nicht, dass er mehr ist. Alles gut. Okay. Du kannst gehen. Ich glaube nicht, dass irgendwas war's. Danke, T.J. Ja, er hat erzählt, dass er da aufgetaucht ist. Okay, so. Lass dich zu Hause. Du hast einen guten Job gemacht, Kind. Und du hast es gepackert. Komm schon. Komm schon, dann. Das war so gut, wie ich erwartet. Do you want to go look at the body now? Ja. Ja. Komm schon. Oh, mein Gott. Ich habe es ja noch nicht vergessen. Die Kammer ist verschwunden im Brunnen, das Footland-Gebäude. Die Kammer ist so effektiv, es ist... Die Kammer ist so effektiv, aber nur, was du musst, was du tun musst. Schau mal auf ihr Mund, es könnte ein Rippon sein, wie vorhin. Was? Nichts. Kannst du... Schrauben sie Mund? Schrauben sie mir dazu. Danke. Das ist witzig. Ich weiß nicht. Ich habe keine Brücke wie so. Vielleicht ist es wirklich zu ihr. Es ist nicht Teil der Glamour. Es sieht wie etwas aus den Hohemlanden. Buffkin, Sie erkennen diese Symbols? Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Aber ich habe nichts gesehen, die sie jetzt nicht gesehen haben. Was hat sie mit der gleichen Person gemacht? Es ist schwer zu erzählen. Dr. Schweinhardt hat dich zurückgebracht? Nein. Er hat gesagt, dass er mehr testen wollte. Träckmark. Hat sie benutzt Mandi-Drugs? Es sieht so aus. Ja, es ist ziemlich schwer. Ich höre, dass sie nur für die Leger gehen, wenn sie die Beine und ihre Arme haben. Oder wenn sie versuchen, die Marken zu schützen. Warte. Wenn die Glamour ist, dass sie so wie ich sehe, sollte sie nicht schützt werden, wie die Marken? Diese Brücke, auch. Warum würde sie alles anders ändern? Ich habe nie gesehen, dass sie so schützt. Es ist möglich, dass sie nicht zu schützen. Es ist zu schützen, dass sie nicht zu schützen? Gut. Die Geistinnen nach oben wissen, was sie machen. Das ist warum sie so viel kostet. Unless jemand macht Glamour illegal? Es ist nicht technisch illegal, Frau. Es ist nicht zu schützen, für sicher. Aber es gibt keine Verkaufnahmen, die es zu schützen. Also, es gibt ein bisschen wie ein Black Market für Glamour? Ich würde so sagen. Ich denke, dass jemand mit der Zugang zu den richtigen Büchern und Training theoretisch könnte ein Glamour produzieren. Noch eine andere Sache zu beschäftigen. Black Market oder nicht, ist ein ziemlich guter Match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Rope Marks. She was tied up? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, das mache ich nicht so, wenn ich das gewaltig machen würde. Ich glaube, das ist ein 3 oder ein 4. Ich glaube, ich hoffe, dass du dich auf hier verhalten kannst. Jetzt, dass du dich auf die Leute schraubst. Was hast du gesehen? Sie hat einen Mundi-Druck benutzt. Sehr viel, auch. Sie hat einen Träck-Markt auf ihren Legen. Träck-Markt? Es gibt keine Krankheit. Ich glaube, dass sie das jetzt muss. Nein. Natürlich nicht. Wir sollten weitergehen. Hast du eine Silke-Lingerie? Warum willst du wissen? Ich versuche, ob die Klappen genau sind. Sie sind nicht. Okay. Benutze das. Was ist das? Es ist dein Perfum. Wie wüsstest du, welches Perfum ich benutze? Du kannst das nicht schocken. Es sieht aus, dass jemand es für uns ausgesucht hat. Also, jemand hat ihr Instruktionen gegeben. Es sieht aus. Es sieht aus. Der Tasche war jetzt weiter. Doch. Doch, da ist noch was. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Es ist definitiv magisch. Aber die Klappen oft nicht kraften objekte. Ich glaube, es ist nicht wahr. Ich glaube, es ist nicht wahr. Es ist etwas magisch. Es ist etwas magisch. Wer weiß, was es tun kann. Wir sollten es sehen. Wir sollten es sehen. Es ist sicher, dass es nicht gefährlich ist. Du bist zu viel, Kräne. Was? Es ist etwas drin. Wie können wir es öffnen? Du möchtest, wenn du Angst hast, Kräne. Ich versuche es zu öffnen. Es hat etwas mit diesen Ringen zu tun. Wie können wir es öffnen? Du möchtest, wenn du Angst hast, Kräne. Du weißt, ach ich nicht. Ich habe immer das. Es wurde ges dead. Es war sehr gut. Es wird gelangetert sein. Ich mache es nur etwas näher. Ich stelle eine Ringen. EsUCiere mich hier zu sehen. Ich bin ich sagen. Ich habe es eben auch vor jedem neuen Spiel. Hm. Na, guck. Kann ich doch noch eine Höhlstraße bauen. Soll ich meine drin, damit sie richtig drin sind? Ja. Ha! Ein Pferd. Und was bedeutet das? Oh. Ist das... Ihre Haare? Ihre Haare? Und was ist das daneben? Ist das ein Foto von ihr? Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus meiner Apartment. Ich bemerke mich, dass es weg ist. Aber ich glaube nicht. Das war das letzte Bild von Rose und mir. Meine Frau und ich noch nicht mehr sprechen. Wer hat das gemacht, Bigby? Sieht so aus? Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Ja, sie ist ein Pferd. Können wir weitergehen? Wer ist sie? Das war nicht da vorhin. Wer ist sie? Ich weiß nicht viele Pferd. Ich glaube nicht. Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Vielleicht Holly weiß. Sieht so aus der Trip-Trap? Nein. Sieht so aus. Oh nein. Was ist das? Es ist nicht Holly. Es ist sie, Lilly. Sie wurde verabschiedet, aber... Ich glaube, es hat nur durch die Kräger. Wir müssen uns sagen Holly. Genau. Wer weiß. Sieht so aus. 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 Wir müssen gehen. Sie können nicht raus. Warum nicht? Sieht so aus. Es ist zu gefährlich. Sie versucht dich zu töten. Bigby. Du kannst sie nicht raus mit dir gehen. Wenn Snow mit mir kommen will, dann werde ich sie nicht verhindern. Aber... Wir sollten jetzt gehen. Sie bereit? Ja. So, dann machst du dir Sorgen um sie. Aber ansonsten behandelt sie wie Scheiße.